Am Anfang war meine Vision, optimales Sehen zu erschaffen. Mein Wunsch war es wieder so zu sehen wie in der Kindheit und das ist auch der große Wunsch meiner Kunden. Diese Vision motiviert mich immer wieder neue Lösungen zu entdecken. Mein beruflicher Start war die Ausbildung in einem traditionellen Betrieb in Oldenburg. Dann zog es mich mit meinem jungen Entdeckergeist nach Ulm. Dort habe ich als Geselle in einem großen Filialbetrieb gearbeitet und das war eine steile Lernkurve. Das hat mich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich im Leben weitergebracht. Zu meiner Vision gehört es auch Meister zu werden. Das war in Berlin während des Mauerfalls. 2010 erlangte ich dann, nach sechs Jahren intensiver Fortbildung, das europäische Diplom in Optometrie. Meine Erfahrung aus fast 40 Jahren ermöglicht es mir, das Anliegen meiner Kunden zu verstehen und mich in ihr Sehen einzuführen. In den letzten Jahren habe ich mich auf die Gleitsicht- und Arbeitsplatzbrille spezialisiert. Hier fließen besonders stark Wissen, Technik und Erfahrung ein, um wieder natürliches Sehen zu erschaffen. Kommen Sie zu uns und entdecken Sie Ihr natürliches Sehen wieder neu. Ihr Martin Kneppek